Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget, willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich in weiteren Partie auf meinem wunderbaren Kanal. Hoch die Hände, es ist mal wieder geiles Wochenende und deswegen sage ich nur eins, es ist wie immer alles sehr nice, sehr schön. Es ist ein neues Hör gestartet und zwar W38, glaube ich, wir schauen mal kurz, oh, der Lars hat sich schon angemeldet, ich bin mal gespannt, ich hab mir gedacht, ich mach mir mal hier ein Kundi, warum, hab schon lange keinen mehr gespielt und deswegen sind wir hier am Start, leicht verändertes Design von meinem Standardcharakter, warum, ich dachte, ich probiere mir was Neues aus, ne, damit es nicht so langweilig wird, ja, W38, internationale Welt, Ich hab erst gar nicht den Link richtig gefunden, irgendwie .com, ob es ja .net, meine Fresse, da sieht man wieder, man ist nicht mehr so da drin, ne, in der Wagi, nein, in dem Spiel natürlich. So, ähm, ja, ich bin hier scheinbar, wir schauen mal kurz, wir gehen in den Ehrenhall, ich bin Platz, oh, guck mal, hier ist hier, kennen wir irgendwen hier oben? Wir sind scheinbar Platz 4000, äh, Ära 1, Rangblabber, 4444, 4445, denn, äh, lesen ist halt auch nicht meine Stärke, wir schauen mal kurz drauf, also, wenn ich jetzt nicht mal, was das Maximum, was ich eingeben kann, konnte man das nicht irgendwie drauf lunzen hier, wie wir sich angemeldet haben, allgemein? Ah, ja, keine Ahnung, wir haben sich hier einige scheinbar angemeldet schon, sind hier am Start und werden auf jeden Fall einiges geben, Stufe 17 haben wir hier schon. Kennen wir denn irgendjemanden hier? Ich meine, natürlich, die Fahnen sind hier wieder am Start, das ist ein Deutsch, ein Deutscher, ähm, den kenne ich aber auch nicht, wen kenne ich denn überhaupt? Spieletrend. Schilling, Gruß geht raus, an dich? Ich kenne sonst keinen. Wie gibt's denn noch, der Shakespeare macht? Ich meine, Schilling macht's ja auch nicht mehr, der ist in der Welt von Pokémon am Start und versucht alle 150 zu fangen, ach nee, es sind ja jetzt mehr. Ja, ja, äh, einige, ne? Wie man sagen, ihr, ich bin unschlüssig und ihr dürft entscheiden, soll ich hier spielen? Soll ich hier ein bisschen losrotzen oder sagt ihr, nee, 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 Lars, W40 ist schon das krasseste ever, weil du hast da einen so dicken Lümmel am, am hängen, deswegen bleib hier. Deswegen, ne, wir schauen mal, also S40, ne, hab ich W40 gesagt, S40, das ist S40 und das ist W40 und, äh, ja, ganz viel. So, wir gehen jetzt hier auf S40 wieder und schauen erstmal kurz, was hier abgeht. Also ich hab noch keine Alu gezockt, gestern hab ich's, äh, zum Glück auch noch geschafft, äh, durch die Sanduhren einfach alles übersprungen, weil ich eingeschlafen bin. Wie kann denn sowas passieren? Wir schauen mal kurz, oh, einen sehr, sehr leckeren und coolen Trank, äh, Ausdauertrank, der wird sich erstmal gegönnt hier, oh. Was? Nach einem schnellen Neustart des Browsers wird Firefox alle auf, warte, 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 jetzt neu starten? Wurde ich gehackt? Oh mein Gott, wurden gerade alle meine Passwörter preisgegeben? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, ja, Firefox, geh weg, du kleiner Kollege hier. So, als nächstes gehen wir dann mal aufs Klöchenpuböchen, knallen mal kurz was hinein, ab in die Taverne und schön ins Klo reinscheißen. So, das kann rein. Tschüss, wie sieht's denn hier aus? Ja, Aura 8. Da hinten noch ein paar Bilder, äh, äh, Papa, Papa, ich kann heute nicht sprechen, ne? Ein paar Bilder zum Abspritzen, das ist offenbar auch sehr, sehr spritzig und lecker geil. Deswegen werden wir erstmal kurz in unsere Tränke gehören, haben irgendwas Tolles hier hinter vielleicht. Ja, den benutze ich, weil ich hab halt hier nichts gerade, ne? Ich hab zwei Pilze, zwei verfluchte Pilze. Übrigens, beim letzten Mal, habe ich ja die ganze Zeit verkackt bei diesen einen Dungeon-Gegnern, ne? Und dann Offscreen, Video ausgemacht, eine Stunde gewartet, Angriff gemacht und da ist er da und da ist der nächste Kollege hier in der Hölle. Das gibt's doch gar nicht. Und der Quellgeist, der sieht hier aus wie Casper? Hieß der Casper? Ich glaube schon. Was ist hier, sogar Disney, der Film? Kennt ihr bestimmt. Wenn ja, rein in die Kommentare, wohin denn sonst? Ja, ähm, der Dungeon blinkt fleißig, die Waffenladen haben wir hier, glaube ich, nichts Tolles oder Geschick. Man sieht schon, es sind einfach bessere Waffen aktuell. Aber ich, ich armer Mensch, ich kann mir nichts leisten, ich hab keine Pilze, meine Fresse. Sonst, Festung, ja. Dadurch, dass wir halt hier nur 120 Alu spielen, könnte eigentlich so ein weiterer Server wie W38 mit vielleicht weiteren 120 Alu-Gas interessant sein. Oder mehrere Server in einem Video, hab ich ja früher immer gemacht. Übrigens, die Deutsche Bahn. Die zuverlässige, geile Deutsche Bahn. Das ist, worüber sich sogar Greta aufregt, ne? Ja. Ne. Wurst. Wir werden jetzt anfangen. Was kann ich denn machen? Ich hab jetzt einen Ausdauertrank, der könnte mir helfen. Ich hab noch vier, äh, Treibsand, um was ich schon mal richtig scheiße finde. Ich kann mal kurz eine Quest anknispern hier. Was haben wir denn hier? Äh, 14 für 89 ist, okay, nehmen wir mal kurz. Bekommen unseren Pilz. Natürlich, dankeschön. Haben übrigens einen mehr. Wir können jetzt hier zum Hütchenspieler gehen. Meine Stimme versagt, geil. Und, äh, da haben wir schon rasierend gegen den Strich mit Benzin. Aber, Arma Nakui, Nakuit, schaffen wir eh nicht. Verlieren wir nur. Wir gehen mal kurz zur Gilde. Melden uns hier. Ich würde sagen, erstmal Gildenportal. Sehr geil. Pet. Nicht so geil. Ab in den Dungeon. Erstmal hier das, äh, in Down machen. Beziehungsweise ein paar Prozent abziehen. Reicht das? Wie viel Prozent ist er? Er ist auf 80. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Oder, wie viel Prozent heilen die sich? 10 Prozent? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß das gar nicht. So, in der Hölle ist der Kollege 320. Diese Kollegen sind ein bisschen stärker. Also, das ist mir, der ist 310. Der ist, äh, 210. Aber die sind halt ein bisschen krasser am Start hier, ne? Und, äh, deswegen schauen wir mal kurz. Also, 320. Und hier? 172. Ach, ja. Das war ja sogar mit dem Begleiter, aber das sollte ja gar kein Problem sein. Und da ist das Ding down. Schattenweltreise ist am Start. In der Schattenwelt den ersten Gegner besiegt gar kein Ding. Für den King. Nice. Yes. Schön, wie willkommen? Oh. Ach, ja. Hier gab's ja Items für die Turmklatscher. Hei, ja, ja. Warum sagt mir das denn keiner? Oh. Entschuldigung, hier. Ähm, ne Waffe. Holy moly Macaroni. Richtig geiles Teil. Ich will ne Waffe haben für mich. Für mich. Ich bin egoistisch. Alles nur für mich. Scheiß auf alle anderen. Verdammte Axt. Ah, lass mich raten. Jetzt müssen wir trotzdem... Oh, hier. Oh, ein Key. Ich hab ein Key bekommen. Wofür? Oh. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Kenn ich das? Hm. Eine provisorische Gerne, denn je wieder am Start ist, ähm, das ist doch Herr der Ringe. Sauron ist da hinten als Auge. Und das ist bestimmt so ein, so ein Ork auf dem Woga, äh, beziehungsweise auf dem Waag. Ja, Ork auf Waag steht da sogar. Ich bin doof. Aber, 1 von 20, Stufe 200, das ist auch wieder so Bossfight-like, ne? Etwas krasser, genau wie, wie die anderen beiden. Also wir haben hier, verdammt, ist das, ist das Game of Thrones? Das ist Game of Thrones, okay. Game of Thrones, das ist ganz normal die Hölle, das ist ganz normal der Dungeon. Dann haben wir jetzt hier, äh, Sauron, Herr der Ringe, der Hobbit. Und hier, nordische Götter. Heimdall. Heimdall ist Marvel. Das ist Marvel? Oder ist das nur bezogen auf, auf die ganzen Götter? Thor und so weiter. Oder Marvel? Ich weiß es nicht. Wie was ist Heimdall? Der ist halt krass. Der ist halt der Wärter von dem Portal, der Wächter. Und hier ist halt ganz normal, ne, hier sind die ganzen Märchen. Aber gab sie noch Harry Potter? Hm. Ich meine, als sich, ganz geil, ne? Man kann sagen, was man will. Allein der, der Grafik, der, der, der Zeichen und der, der Stil von Shakespeare ist einfach großartig und total toll. Die machen immer was Neues. Das ist bestimmt hier. Genau. Die Zauberschule. Erreichbar ab Gleis 9,3 Viertel. Übrigens, ich war ja sogar live in den Studios schon, ne? von Harry Potter in London. Live in London. Bei mir. YouTube Money. Ach ne, hab ich ja nicht mehr. Normales Money. Ist auch da. Aber nicht so viel. Ja. Das ist doof. Das finde ich total kacke, dass man wirklich jetzt hier nicht nochmal losballern kann. Man muss wieder einen Pilz investieren. Ha. Ich würde aber trotzdem gerne mal angreifen. Und zwar nicht hier, sondern den Kollegen. Deswegen, let's go. Einen schönen, knusprigen Try. Er weicht zu viel aus. Schon mal jetzt verkackt hier. Er weicht so viel aus. Das ist ein Geschick, Dude. Geschick, Dude sind einfach so scheißeweise ausweichen. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Vielleicht sogar mehr. Ja, schade. Joa, Gilda haben jetzt auch alle Angriffe gemacht. Das war es schon. Arena können wir kurz angreifen. Diese haarlose junge Dame weggeklatscht. Gar kein Ding. Dann gehen wir kurz in die Festung. Wir werden hier alles einsammeln. Er ist auf den Maximum gepusht. Ich bin gerade dabei, das Arbeitsquartier abzugreifen. Dauert 6, 7, 12, eine Milliarde Jahre so lange, bis ich in Renten gehe und sterbe. Das dauert halt sehr, sehr lange. Dann schauen wir kurz hier. Ja, hier gibt es auch nicht ganz so viel zu sehen, denn wir sind fleißig am Sammeln. Wir können hier kurz die Zeitmaschine betreten. Ei, ei, ei. Und was muss ich hier noch upgraden? Nicht das. Das ist auch nicht mehr. Das ist auch auf den Maximum. Yes. Maximum. Maximum. Oh, das geht noch. Okay. 2,5 Stunden. Dann machen wir das kurz. Ist das auf Maximum? Yes. Das oben hatte ich glaube ich schon. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt die Zeitmaschine auf Stufe Nummer 5, irgendwie ist das auf 4 oder auf 5, ich weiß nicht. Auf jeden Fall werden sie jetzt upgraden hier. Dann können wir das Herz der Finsternis wieder upgraden und dann hier weiter ausbauen. Gefällt mir. Wir können auch Held anlocken, ne? Natürlich. Hier. Tschüss. Und. Tschüss. Und, und wir können eigentlich einen anderen noch anlocken. Hier, komm. Die nehmen wir auch kurz in den Kollegen hier. Übrigens mal die Frage an euch. Lohnt es sich über Heldsuche zu gehen und jemanden rauszusuchen? Oder ist das scheiße? Bringt das mehr? So mehr Ressourcen? Oder würdet ihr sagen, nee, Lars, nehm einfach immer dieses standardmäßig, was da vorgeschlagen wird. Schreibt es doch gerne rein in die Kommentare. Ich habe hier Fußball. Greifen wir an. Ich ignoriere hier, wo ist Unterwelt? Äh, Unterwelt anlocken. Yes. Und es bringt halt genau so viel. Vielleicht muss ich einfach andere Dudes raussuchen, die einfach dann höher sind. Aber die fragen jetzt, ob wir das schaffen oder nicht. Ich weiß es nicht. Hier müssen wir noch hier ein bisschen upgraden. Das sehe ich auch noch nicht so hoch. Hier habe ich so alle auf 950, genau. Ist ja noch nicht ganz so gut, aber wir sind ja gerade angefangen mit der wunderbaren Unterwelt. Das gefällt mir auf jeden Fall auch. Ja, hier, wie gesagt, dauert alles unmenschlich lange. Wir können für Pilze überspringen, aber 541 Pilze und das... Gar kein Fall. Da geben wir lieber einen Kopfschuss. Ja, das war es, ne? Das ist halt das Ding. Du spielst 120 Alu, kannst nicht so viel zeigen. Obwohl wir sind jetzt bei 11 Minuten, aber trotzdem. Ich könnte jetzt unnötig in Länge ziehen und meinen Pimmel in die Cam halten und jeder weiß, oh, ist der groß, aber es bringt halt nichts. Ach, die muss ich auch noch leveln, ne? Muss ich die denn auch noch in aller Einzel bestätigen? Ist das euer Ernst? Das kostet etwas, aber ich kann zu viel. Ähm, oh mein Gott, ich habe gerade mit Pilze alles... Och, du heilige Scheiße. Ich habe gerade meine Pilze verschwettet, weil ich zu schnell war und der dann neue Ware angefordert hat. Nicht euer Ernst. Dafür bekomme ich einen großen Ausdauertrank wie falsche Klasse... Ups, Entschuldigung. Hier. Aber trotzdem. Als ob ich jetzt Geschickt-Trank hier benutzen kann für den Geschickt-Dude. Ist ja maximal 13 Minuten einfach Quatsch. Oh Gott, war das schon wieder dumm. Ich sollte, ich sollte... Not nice. Auf jeden Fall not nice. Ja. Fuck. Also die Alu werde ich halt hier nebenbei ja zocken. Das mache ich halt mit dem Handy meistens. Das passt und wir gehen nochmal kurz hier hinein auf W38. Kann ich noch ein bisschen skillen, wenn ich Bock habe? Komm. Achso. Muss ich noch anmelden? Nee. Erstmal skillen. Komm. Wir sind geschickt, Dude. Geschick. Ein bisschen Ausdauer. Fertig ist die Kiste. Was suche ich? Keine Sprachausgabe. Die suche ich. Sprachausgabe aus. Am G-S-Große. Yes. Und ich würde sagen, wir... Die Flimmerkiste ist auch noch an. Gibt es eigentlich schon Gilden hier? Moment. Gilden, Gilden, Gilden. Gibt es auch schon ziemlich viel. Gibt es hier vielleicht eine interessante Deutsche Bahn? Es ist natürlich interessant. Aber irgendwas, was ich kenne. Rosenrot. Rosenrot. Wilkie. Wen gibt es denn noch? Ich will irgendwen suchen, der krass ist. Oder unge, ne? Ungespielt ist doch hier. Placement des Todes mit Chex the Fidget. Aber... Mit Plyer. Aber... Nee, nee. Gibt es nicht. Wo ist sie auch ungespielt? Ich glaube, der macht nur seine Reaction-Videos. Nee, beraug er nicht mehr. Es gibt ja sogar einen Server, ne? Mit seinem Namen. Komm, ich greife dich an. Jutta. Meister Jutta gewonnen gegen Meister Jutta. Mein Gott, ich bin so glücklich. Ich kann jetzt in Ruhe sterben gehen. denn... Guck mal hier. Ich bin gönnen, wenn ich Bock habe. Richtig geile Scheiße. Ha. Habe jetzt noch keine Info, ob hier irgendwie eine Gilda am Start sein wird. Und ja... Müssen wir gucken, ne? Ihr entscheidet. Schreibt es in die Kommentare, was ich auf diesen Server machen soll oder nicht. Ob ich ein bisschen reinrotzen soll oder lieber nicht. Und dann würde ich mal sagen, was ist das von diesen wunderbaren kleinen Paar? Wenn es euch gefallen lasst, ein Like da würde ich mich freuen. Sein Haufen Supernasserballs reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.